Öffnen Sie den Koffer durch seitliches Drücken des Schiebers. Schieben Sie in der Innenseite die Resett-Taste von Position A nach B. Stellen Sie jetzt Ihre gewünschte Kombination ein. Schieben Sie in der Innenseite die Resett-Taste zurück auf Position A. Die Zahlenkombination ist gespeichert und der Koffer abgeschlossen. Öffnen Sie Ihren Koffer mit der gespeicherten Kombination. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise.